alle hallo und herzlich willkommen zurück in viermal so wir hatten die letzte mal das bei thema fertig stellt es kommt hier noch der rest hin und hoffen wir dass wir in dieser folge dass hier alles abgeschlossen wird wir bräuchten jetzt noch ein paar essen ich blöde hier genau das war es Das wird reichnetzt. kann denke es reicht und ob wir noch hätten haben sollte aufweichen und die nicht mehr schreifsteine auch sitzen es reicht auch gut einzig aber wir auch gerade nur belegen die steine bräuchten wir eventuell noch sind die wieder gewesen irgendwo hier die stein siegel und treppen herstellen die kommen weg und dann die steinziegel blöcke hin frage ich jetzt mal hier die weppen hin das gibt es aber natürlich nicht und da muss es ein wenig tiefer hier auf dieser seite auch vermisst oder so nicht wenn ich gleich hier bin ich muss kann man noch die zufangen machen ach verdammt das geht so nicht ach wenn ich das wieder runtergefasst ok da noch ein wenig drücken passivpappen und dann was man hier macht ich bin mir unsicher dass es ist das ist ähnlich in der luft irgendwie unnatürlich aus suchen jetzt äh ist die ungefähr ja das ist vielleicht so zu machen dass es nicht allzu komisch aussieht ja verdammt ich komme gar nicht mehr runter ähm naja sieht zwar immer noch komisch aus was haben wir hier ich könnte es so irgendwie noch besser sehen naja ja ok besser als nichts vielleicht noch hier naja Moment aber gar nicht so viel äh Eisenglöcke dabei und 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 auch und 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 Was ist hier? Wie soll ich es auch hier hin? Was ist hier? Was ist hier? Ja stimmt jetzt, dann ist es auch fertig. Dann noch die... Was ist hier? Das hier noch... Ach verdammt... Das ist auch mal abgeschlossen. Das machen wir mal weg, das auch. Ach verdammt... Das haben wir noch abgebaut. Das brauchen wir noch. Dann bräuchten wir noch die Stämme... Oder Stamm... Nein, nicht dieser Stamm. Dieser Stamm hier. Nein, theoretisch ist der Stamm hier weg... Und das hier davor... Platzieren. Das wird ja erst später... Ich glaube, das sieht so krass aus hier. Ich glaube, ich muss das ganze Zeug noch mal abbauen. Oh, verdammt... Oh, verdammt... Hier unten ist es auch gar kein Block. Machen wir das erst weg... Und dann platzieren wir die... Stämme... Und dann mal schon... etwas mit... Ich... Hier mal raus... Ich... Genau das ist... Ich... Ach... Ich... 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 Das ist... So ist das hier so und das hier so, Seiten nicht, ach verdammt sie da nicht, ist es so, aha, okay, sehr gut, dann ist das Problem ja gelöst, das heißt, dass wir hier unten sind. So, mit diesen letzten hier, dass wir den so und dann soll das abnehmen. So und da sieht jetzt wenigstens der Stamm ganz aus und da wird sie da gesägt und dann soll das dann anders aussehen. Dann machen wir hier den solchen Stamm hin. So war es nicht. Dann kommen hier die gesägtesten Stämme hin. Und man könnte die Sprache noch hinstellen. Vielleicht hier gleich unten drauf noch eins. Ach, jetzt habe ich die falschen Blöcke genommen. Okay, dass sonst nicht irgendwie nicht im zweiten Label sind. Dann lassen wir es so. Dann machen wir es am besten noch anders. Was gelängern wir? Mal bis hier hinten. So weit, so gut. Dann diese hier. Wir machen jetzt die Baumform. … … … … … so wie viele sind das hier, äh, 8 ok, könnte man sagen, 2 Abstände 1, 2 und bis hier 1, 2 und hier 1, 2, 3, 4 ok, circa 4 auf jeder Seite sollte reichen 2, 4 die ich gar kein dabei und auch je nach 50er beruf denke mal es reicht kaum da müssen wir noch mal schauen ob wir da schon ein paar setzlinge haben hier hätten wir die Eichen Flüchten hatten wir schon ok hier haben wir noch den Rest dann machen wir die Eichen dann hier ja open bei mir überlegt nein diese hier sind besser wenn man die großen macht dann kann man die schlechte abbauen dann machen wir hier noch die kirchendäume und da wir die vier nebenbrauchen lassen wir erstmal die hier ab für die zäune und dann ist 4 oder 1 2 3 4 dann kommt die nächsten 4 1 2 8 setzlinge gesagt 1 2 3 4 5 6 7 und dann wo ist diese keine ahnung wie das wieder ist mangrove noch 1 2 3 4 5 6 7 und dann wo ist das auch ab hier 1 2 3 4 6 72 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schlafen kann man nicht Dann machen wir jetzt erstmal die Vichtenzeine noch Diese Krampusblock Gibt es schon diese Version Ja, die gibt es hier Ähm Und wir rennen die Krampus auch noch hier anpflanzen Ja, das ist schon Ja, das ist schon Das war ja klar, dass genau ein eigenes Stück fehlt Ja, das ist schon Ja, das ist schon Jetzt noch diese hier Da ist sie noch Aber die machen wir am besten hier Irgendwie selbstständig Ja, das ist schon und die mangroven müssen wir noch finden die haben wir leider noch nicht vielleicht mal in der nächsten folge eine erkundungstour machen irgendwo müssen hier mangroven sein ich denke mal einfach mal in den süden gehen dann gibt es da irgendwelche mangelofen nämlich diese welt hat mir glaube ich sie noch nicht entdeckt ach ja die bambus noch okay Okay. Hier war ein Flugbaum, aber hier waren sie. Es geht noch nicht nach, es ist unglaublich wie lange das geht. Da steckt man dunkel ein. Was machen wir? Hier wäre ein guter Platz. Es war ein Weg betrieben, aber sollte reichen. Aber was wir mal Blöcke brauchen. So. Oh genau. Gut in der Zeit. Ein kleiner Hustanfall. Man sollte ja auch öfters trinken. So, das ist jetzt mal abgeschlossen. Ich denke, das nächste Mal dann eine kleine Erkundungstour für die Makrofenbäume. Und dann sehen wir, was dann als nächstes kommt. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.